Im abgelaufenen Jagdjahr wurden in Vorarlberg gut 12.500 Wildtiere geschossen. Das entspricht einem minimalen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Während im Bezirk Fellkirch die Abschusszahlen zum bereits fünften Mal in Folge zurückgingen, wurden im Bezirk Blodens wieder mehr Tiere geschossen, vor allem Gams und Rotwild. Letzteres hauptsächlich wegen den TBC-Erkrankungen.